und hiermit ein herzliches willkommen beim tuxa so neuigkeiten aus der commodore szene und zwar wurde jetzt ganz aktuell auf ebay ein commodore 65 versteigert diesen post beobachte ich schon im endeffekt schon seit einiger zeit eigentlich seitdem er eingestellt wurde und heute dachte ich mir so guckst du mal was daraus geworden ist startpreis war 15.000 euro jetzt mache ich einen wunderschönen tux hier weg 25.000 euro 51 plus 10 euro 50 versandkosten ja das ist doch mal eine hausnummer dass dieser computer natürlich unter den dammern heiß begehrt ist war mir durchaus bewusst aber dass da solche summen für gezahlt werden ja 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 okay das gerät ist natürlich super halten zumindest so wie es auf den fotos hier aussieht ich kann mal jetzt ein bisschen hier so rein zappen hier ist alles wirklich noch so gut wie nagelneu ich weiß nicht ob hier der aufkleber fehlt aber ich denke mal das ist ja nur peanuts auch hier die anschlüsse sieht alles noch top aus ein richtig schickes gerät hat diese serial nummer 26 also einer der allerersten c 65 commodore und wenn davon nur 250 oder 500 stück gebaut wurden dann ist das natürlich verständlich dass das gerät so heiß begehrt ist aber 25.000 euro das ist meine ansage das ist wirklich eine ansage ja hier sind sogar marken drauf und da habe ich schon schon gedacht als der startpreis von 15.000 da stand ich so das könnte schon so ein kleines ko kriterium sein ob bei diesem preis überhaupt bekommt klar von ihnen ist natürlich auch alles super in ordnung super sauber gemacht keine frage und aus dem jahre 1990 sogar von 1990 revision 2b genau c 64 dx genau das war ja die projekt bezeichnung für dieses gerät bis man sich hinter entschlossen hat das ganze gerät einfach c 65 zu nennen jo ich meine wenn er jetzt bekommen hat der wird mit sicherheit jetzt glücklich sein und gegebenenfalls ein bisschen er mit seiner frau bekommen aber das kann man ja mal in kauf nehmen gut hier ist noch ein aufkleber drauf ok cbm 1989 90 ja disketten laufwerk und er funktioniert jetzt sogar noch ein kleiner videoclip dran mit dabei auch interessant basic 10 0 schlecht und hier wäre noch eine tastatur ich glaube die gibt es eben noch on top meine ich mit dabei die hat aber jetzt eine beschädigung geht es mit dem eigenen computer nicht zu tun gut netzteil hat dann immerhin doch original von commodore bis 240 volt ob das jetzt nachbau ist oder nicht das kann ich jetzt hier aus nicht entnehmen sieht erstmal optisch sieht das erstmal sehr gut aus oder das ist von dieser spielkonsole ob die spielkonsole hatte meine ich auch ein schwarzes netzteil ja dann schauen wir uns mal eben das video an so viel zeit muss sein was das gerät so tolles alles kann ganz vorsichtig behutsam wird er gestartet und was passiert na es dauert einen moment aber das sind wir als commodore fans sehr gewöhnt habt es gehört dieses floppy geräusch herrlich da sieht stark nach geos aus oder so etwas in diese richtung ne ich glaube das ist was anderes dateibrowser ne devise konnte ich noch lesen device konnte ich noch lesen ja das wäre der commodore 65 von ebay nach dem video geht es noch ein bisschen weiter ich kann ja mal ihr vollbild machen wie passiert da gar nichts und jetzt hätten wir ein malprogramm deluxe paint für den commodore 65 wäre dann wohl auch noch mit dabei und amiga monitor sehe ich da aber ich glaube der war auch nicht mit dabei bei der aktion oder auktion gewisser weise auch eine aktion keine frage und ja auf monitor sieht man 19 91 das bildet glaube ich nicht ganz jugend frei da werde ich wohl was verpixel müssen gut das zum thema commodore 65 wir können mal ganz kurz in der artikelbeschreibung gucken ja klar er schreibt natürlich ein prototyp das ist natürlich richtig das war der commodore 65 ja immer den status hier nie verlassen ja kurz ein paar einleitende sätze dass es ein prototyp war und das man bei wikipedia alles dementsprechend nachlesen kann es handelt sich um die revision 2b das haben wir ja schon auf dem bild gesehen den fotos genau wie die serie nummer 26 basic 10 0 der rechner wurde nicht umgebaut oder verändert also 100 prozent original und natürlich wichtig ist er funktioniert die leuchten funktionieren auch disketten funktionieren auswurf alles ohne probleme ja und hier schreibt er auch noch mal einem älteren commodore monitor hat den test durchgeführt ja und beim wechsel in den c64 modus war das bild scharf aufgrund des besseren bild output ja wurde gut gelagert optisch dem alter entsprechend guten zustand ja ich habe nochmal als besondere ist hier auch eine klappe für den erweitern slot vorhanden das haben wir noch bild ja auch gesehen das hätte mir auch mal interessiert was daraus geworden wäre aus der kiste aber ich denke mal die kam ein paar jahre zu spät auf den markt hier steht im lieferumgang ist neben dem rechen ein originales c65 220 volt netzteil auf dem bild hat man noch gelesen 240 volt kann natürlich sein dass er zu testzwecken ein anderes netzgerät genommen hat unten papierunterlagen und die disketten werden auch noch beigefügt er akzeptiert ausschließlich banküberweisung und das ganze dementsprechend auch nochmal auf englisch ja ich werde den link mal hier kopieren und unter das video mitpacken ich denke mal ein paar tage wird das vielleicht noch online sein weil es müsste eigentlich heute beendet worden sein am 21 oktober ne schon zwei tage her deswegen denke ich mal dass man da nicht mehr allzu lange nachschauen kann ich fand es auf jeden fall sehr interessant dass da doch 15 gebote waren die 25.000 oder über 25.000 geboten haben kann man da vielleicht nochmal gucken was da so geboten wurde also ich bin genau bei 15.000 im startpreis das habe ich noch gesehen und dann stand das bei mir die ganze zeit unter beobachtung und so ist war dann die preisentwicklung dann hat zum ersten mal dann schon einen tag später jemand geboten und wo kam der sprunghafte anstieg also hier würde ich sagen ne am 21 auf man macht hier hat schon 20.000 geboten dann der nächste 22.500 25.000 und 1 cent und dann hat einer noch mal ein fuffi draufgelegt also das ist ja mal wirklich eine richtig coole aktion ja ich hoffe dass der neue besitzer damit richtig spaß haben wird ja und das soll es an der stelle auch gewesen sein ich bedanke mich fürs zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten mal glück auf bis zum nächsten mal glück auf